Bislang unbekannte Täter haben ein Haus in Rostock mit Hakenkreuzen beschmiert. Es handelt sich um ein Gebäude, in dem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind. Natürlich ist das eine total schändliche Tat. Ich glaube, dass die Leute, die das tun, gar nicht wissen, was sie da machen. Das stammt aus einer sehr dunklen Zeit in Deutschland und es macht Angst. Das macht also nicht nur mir Angst, sondern das macht vor allen Dingen auch den Geflüchteten Angst, die da wohnen. Und das ist auch wahrscheinlich das Ziel der Menschen, dass sie Angst verbreiten wollen. Das muss ganz dringend aufgeklärt werden und möglichst schnellstmöglichst geahndet werden, weil sonst gibt es Nachahmer und Nachahmerinnen. Wir haben ja schon verschiedene dieser Hakenkreuz-Schmierereien jetzt gehabt in der letzten Zeit. An dem Gebäude in der kleinen Wasserstraße in der Stadtmitte sind zwei Hakenkreuze in der Größe von jeweils einmal ein Meter mit Sprühfarbe angebracht worden. Die Schmierereien wurden bereits wieder entfernt. Das Haus ist von der Hansestadt Rostock für die Geflüchteten zur Verfügung gestellt worden. Der Flüchtlingsrat MV warnt davor, dass Menschen mit rechter Gesinnung die Krisen instrumentalisieren, um mehr Leute zu gewinnen. Ja, es wird in der Tat versucht, derzeit von Seiten der Rechtsextremen die Schwierigkeiten, die wir haben, zu instrumentalisieren. Was macht der Mensch in der Krise? Das, was er am besten kann und was er immer schon gemacht hat, was ihn aber blöderweise in diese Krise hineingeführt hat. Also wir müssen mit Vernunft da versuchen rauszukommen, uns wirklich stark für erneuerbare Energien engagieren. Das minimiert auf der Welt übrigens auch die Fluchtursachen. Das muss man an der Stelle auch sehen. Und wir müssen in den Konflikten stärker verhandeln und völkerrechtswidrige Dinge dürfen wir nicht dolden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zum Täter oder den Tätern nimmt die Polizei entgegen.